Hi! In diesem Beitrag geht es um die erste der sechs Meditationen von René Descartes. Was der Denker mit diesem Werk erreichen wollte und was Substanzdualismus ist, ein wichtiger Kernbegriff zum Verständnis von Descartes Philosophie, darüber spreche ich in vorausgegangenen Beiträgen, die sind unten verlinkt. Wir steigen jetzt direkt ein. Zu Beginn seiner Meditationen stellt Descartes erstmal alles in Frage, was er zu wissen glaubte. Descartes erster skeptischer Einwand bezüglich menschlichen Erkenntnisgewinns, also wie wir Wissen erlangen, wendet sich gegen die empiristische Vorstellung vom Vorrang sinnlicher Wahrnehmung. Um Empirismus geht es in dem Beitrag zur Frage, was ist Wissen? Kurz gesagt nimmt der Empirismus an, dass alles, was wir vermittels unserer Sinne wahrnehmen, also sehen oder hören zum Beispiel, dass das auch wahr sei. Doch Descartes weist gleich am Anfang seiner Meditation darauf hin, dass Sinneseindrücke manchmal Täuschungen sind, und deshalb auch immer Täuschungen sein könnten. Gemäß der Klugheitsregel sei es also umsichtig, in nichts Vertrauen zu setzen, das einmal betrogen habe, schreibt er. Doch Achtung, dieses Argument hat sich als Musterbeispiel für eine falsche Schlussfolgerung aus einer wahren Prämisse erwiesen. Zum Verständnis brechen wir das Argument mal auf seine zugrunde liegende Formel herunter. Sie lautet, x ist manchmal f, daher könne x auch immer f sein. Frank Rosenberg bringt in seinem Handbuch zur Praktischen Philosophie ein anderes Beispiel nach der gleichen Formel. Das geht so. Gemälde sind manchmal Fälschungen, daher könnten Gemälde auch immer Fälschungen sein. Das ist offenkundig falsch. Nun, indem Descartes winzige und weit entfernte Dinge als die Ursache gelegentlicher Sinnestäuschungen von Dingen in nächster Umgebung unterscheidet und sich zudem als nicht geisteskrank beschreibt, schränkt er den Geltungsbereich der These, dass Sinneseindrücke immer täuschen, zunächst wieder ein. So weit, so gut. Aber der Junge ist ja noch nicht fertig. Sein zweiter skeptischer Einwand verschärft den Zweifel mit dem Traumargument. Träume seien vom Wachzustand nicht zu unterscheiden, so Descartes. Und daher könne es auch immer ein Traum sein, was er eigentlich für den Wachzustand hält. Wieder schränkt Descartes den Geltungsbereich seines Arguments ein, indem er auf notwendige Abbilder hinweist. Denn es müssten ja gewisse Dinge wahr sein, aus denen sich wie aus wirklichen Farben die Traumbilder zusammensetzten. Descartes differenziert daraufhin zwischen Disziplinen wie der Astronomie, die von zusammengesetzten Dingen abhängig sind, und etwa der Arithmetik, der Kunst des Zählens und Rechnens, die allgemeine Dinge behandeln. 2 plus 3 ergibt 5, auch im Traum. Soweit also immer noch alles gut. Der dritte skeptische Einwand, der nun auch letzte Gewissheiten angreift, läuft auf den radikalen Zweifel hinaus, mit dem Dämonargument. Die Tatsache, dass den Menschen die Idee eines allmächtigen Gottes gegeben sei, die gehe mit der Möglichkeit einher, dass dieser Gott die Menschen immerzu täuschen könne. Mit dieser Feststellung sind auch allgemeine Wahrheiten wie 2 plus 3 gleich 5 anzuzweifeln. Da dies aber gegen die mitgedachte Güte in der Idee eines vollkommenen Gottes widersprechen würde, will Descartes stattdessen einen bösen Genius annehmen, einen Dämon. Das Irren an sich ist ja erstmal nicht von der Hand zu weisen. Irren ist menschlich. Und weil das so ist und Menschen in gewissem Maße unvollkommen sind, folgert Descartes, dass es unter all dem für Wahrbefundenen letztendlich nichts gibt, das nicht bezweifelt werden dürfte. Im Alltag würden Menschen gewohnheitsmäßig oft an zweifelhaften Meinungen festhalten, schon allein um handlungsfähig zu bleiben. Doch Descartes geht es nicht darum, agieren zu können, sondern darum, sicheres Wissen zu erlangen, nachdem er nun alle Gewissheiten in Zweifel gezogen hat. Für sein weiteres Vorgehen will Descartes also auch die Möglichkeit eines ihn ständig täuschenden Dämons nicht ausschließen. Positiv ausgedrückt lautet das Ergebnis der ersten Meditation, alles, was den geeinten Kräften des böser Dämon-Szenarios einerseits und dem radikalen Traum-Szenario andererseits standhält, können wir getrost als gewiss betrachten. So hat es Gregor Betz in seinem systematischen Kommentar zu den Meditationen formuliert. Auch der radikale Zweifel hat seine Grenzen. So hält Descartes zum Beispiel an der Methodik schlüssiger Argumentation fest. Warum sollte die noch gelten, wenn ein Dämon uns immerzu täuschen könne? Auf diese Grenzen soll hier nicht weiter eingegangen werden. Das Hauptaugenmerk der folgenden Beiträge liegt auf den Argumenten, die Descartes für den Substanz-Dualismus anführt. Ob bereits in der zweiten Meditation eine Begründung des Dualismus erfolgt, ist umstritten. Descartes selbst geht es um die reale Unterscheidung von Geist und Körper erst in der sechsten Meditation. Trotzdem sollen hier die Zwischenschritte insoweit behandelt werden, als sie wichtige Voraussetzungen für die Annahme des Substanz-Dualismus bilden. In diesem Sinne betrachten wir im nächsten Beitrag auch die zweite Meditation von René Descartes mal etwas genauer. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis dahin! Begründung 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 Begründung